Es ist unerhört, meine persönlichen Rechte zu wagen. Es ist wichtig, dass du dich bist, Tobi. Es ist mit einem Viertigkrieg, mit einem Gedeihung, mit einem Gedeihung, mit einem Gedeihung, mit einem Gedeihung. Es bist du, mit einem Autor von der Klasen, die Lauf, dass du dich bist. Ja, okay. Es ist unerhört, dass du dich bist, dass du dich bist. Ja, ja, ja. Hallo, Tobi, ja. Alles ist ganz klar. Dieses Video hat so unautorisiert aufgenommen, damit natürlich schief. Was ist, wenn das auf YouTube kommt? Ja, das ist nachbar. Unautorisiert und unautorisiert. Was ist das so ein Quatsch? Andreas, was sagst du? Halb, da ist ich. Allen, ich brauche einen Kommentar. Hey, hey, der Chef, heisst der Trainer? Und der Pupi, der ist ein Pupo. Er ist ein Trainer. Pupi ist ein Trainer und der Chef ist ein Opmann. Und die zwei? Vom Verein. Vom Verein. Sie sind Opengler, Urwengler. Auf jeden Fall. Wir sind auch Opmann. Die zwei sind Opmann. Die zwei sind Opmann und Opmante. Die Opmante sind Opmann. Die Opmante sind Opmer. Ja, man muss auf die Pfad sein. Hartsopte, Hartschmel, wenn du so weißt. Hast du noch was zu sagen? Hartsopte, Hartschmel, du bist unerwartet. Ja, was hast du denn zu sagen? Es ist eine ganz klare Sache. Das ist illegal, was du da aufführst. Das kann nicht sein. Der Obmann wurde mit dem Trainer verwechselt. Aus seine Konsequenzen. Das ist leistige Folgen. Kopier schlechte Zahlen. YouTube.